Ich bin Didi Hamann und meine Freunde vom Kyiv Beach Club laden euch herzlich ein nach Kiew dieses Wochenende. Der Kyiv Beach Club ist mitten in Kiew. Er ist am Fluss und nur einen Sprung zur Fansaune in Kiew entfernt. Ich erwarte tausende Deutsche im Kyiv Beach Club. Mit Bars, Musik und Zelten sollte der Kyiv Beach Club die perfekte Location sein. Dieses Wochenende ist eines der wichtigsten in der deutschen Fußballgeschichte und es gibt nur einen Ort um Party zu machen, den Kyiv Beach Club. Ich hoffe ich sehe euch dort. Auf geht's Deutschland!